Was hast du denn als nächstes? Jetzt ist es unser Problem. Tötet sechs Teraptor-Junge. Okay, Teraptor-Junge, und das ist du? Affentheater. Füttert zehn Bombenwerfende Affen, indem ihr ihnen Nitro-Kalium-Bananen zuwerft. Ja, Alter, sonst habt ihr hier keine Probleme, hä? Nitro-Kalium-Bananen. Okay, also, da sind die Affen und da ist eine Werkzeugkiste. Ja, ach so, hier, ich hab die dabei. Cool, 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 cool. Wie nah muss ich denn da ran? Ach, der nimmt das von hier, okay. Und ab geht die Luzi. Ja, Bananen geben Vitalität, da kann man schon mal an die Decke gehen. So, komm mal her, du Teraptor-Gedöns-Junges. Kriege ich denn nicht eigentlich bald mal hier so einen neuen schicken Spell oder irgendwas? Ja, verfehlen. Manu. Noch, Mädel. Mein Gott. Du nimmst mal mit hier. Pling. Äh, 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 hier, ihr Affen. Ach, wo klicke ich denn als hin? Hm, hier, ich wollte doch, genau. Also, irgendwie verklicke ich mich hier als. Ich klicke hier als in den Himmel. Hopp. Du kannst das wohl schon wirken. Könnten wir hier Raketenbeschuss machen? Ha, ha, ha. So, dann den Affen. Da ist eine Kiste. Und dann holen wir die hier auch noch gleich. So, der Lee. Okay, das können wir noch mal mitnehmen hier. Äh, ja. Gehen wir mal nach da. Und dann auf den Raptor. Und schon wieder verfehlt. Ach, Gottchen. Der Zauber ist noch nicht bereit. Na, komm, Maidy. Oh, man. Komm schon. Ach so. Drei von sechs. So, Kisten haben wir. Ach, komm. Also, eben war es noch nicht zu weit entfernt. Das habe ich genau gesehen. Also, Nummer vier. Da haben wir das Äffchen. Komm mal her, du. Also, die gehen aber auch in die Luft. Nein, du musst nicht mehr ran. Der Raptor kommt schon auf dich zu. Da mach dir mal keine Sorgen, meine Liebe. Oh, und schon wieder aufgestiegen. Und wir haben einen neuen Zauber. Erdschock. Schockt das Ziel sofort mit erschütternder Kraft, verursacht 70,50 Naturschaden und versucht den Effekt Kampfesmüdigkeit. Kampfesmüdigkeit demoralisiert das Ziel und verringert den von ihm verursachten körperlichen Schaden 30 Sekunden lang um 10%. Äh, äh, okay. Dann werden wir das jetzt gleich mal hier testen, da an dem nächsten Raptor, der da auch schon hier fröhlich auf uns zukommt. Hier, komm. Erdschock. Dann das noch. Und den setzen wir auch gleich noch nach, dem Blitzschlag. Nochmal machen. Oh, das ist ganz cool hier mit dem Erdschock. Was? Äh, Erdschock. Ja. Oh, Raptoren haben wir. Ja, cool. Cool, cool. Dann, äh, das Äffchen da. Und die Kiste nehmen wir auch gleich noch mit. So, jetzt brauchen wir noch eine Kiste. Da sehe ich irgendwie eine. So, jetzt brauchen wir noch zwei Affen. Okay. Okay. Hallo, ihr Affen. Die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wird die Kokosnuss geklaut? Oh Gott, es ist so weit. Es ist so weit, ihr Lieben. Wie fängt das denn an, das Lied? Fällt mir gleich ein. Ähm. Die Affen rasen durch den Wald. Der eine macht den anderen kalt. Die ganz Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wird die Kokosnuss geklaut? Ja, so geht das. Da gibt es noch mehr Level, aber mehr Level. Ja, mehr Level gibt es da auch und mehr Strophen gibt es da vor allen Dingen auch von dem Lied. Aber die kann ich nicht. Kennt ihr das Lied? Müsst ihr mal, müsst ihr mal. Weiß ich nicht. Müsst ihr mal googlen oder so. Vielleicht gibt es da irgendwo die Lyrics zu Wer hat die Kokosnuss geklaut? So, Lavinius Maximus. Fertig. Habt ihr die Matriarchen auf dem Hügel knirren gehört? Haltet euch von ihr fern. Ja, dann wirst du mich ganz sicher da noch hinschicken. So, was gibt es denn hier? Ähm. Uh, das ist besser. Die Affenwärterhandschuhe. Okay. Und wo noch? Wo noch? Da drüben. So, was war sie. Hilfe gesucht. Sprecht mit Vorarbeiter. Feucht Lunte außerhalb der Kaja mit Höhlen auf den verlorenen Inseln. Okay, mehr gibt es jetzt hier nicht. Eine Quest, das war's. Ach Gott. Ihr seid aber zurückhaltend hier jetzt gerade mal. Apropos. Vielleicht könnten wir denn mal hier... Ja, wir können. Hab ich ein Angebot für euch. Ja, du kannst mal meinen Scheiß hier kaufen, bitte. Okay, das kann raus. Das auch. Das auch. Das auch. Kann alles raus. Super. Wir haben nichts mehr. Ähm. Ja, wie sieht's denn eigentlich aus mit meiner Haltbarkeit? 100 Prozent. Das ist supi. Müssen wir nichts reparieren? Dann können wir gleich da irgendwie zu dem Fragezeichen. Hier so lang, oder was? Ah ja, hier geht im Zweifelsfall ja auch einen Weg lang. Ah, da sind wir. Kaja mit Höhle. Spricht man das eigentlich so? Na, ist ja auch egal, ne? Kaja mit Höhle. Kaja mit Höhle. Hm. So, fertig, mein Freund. Bitteschön. Minenarbeiter in Not. Eskortiert den verängstigsten Minenarbeiter durch die Kaja mit Höhle. Äh, wartet mal. Erste Mal ablehnen. Eskortieren ist immer nicht so gut. Erfasst das Unbekannte. Verwendet eure HGK-Schnappblitz, um Bilder an den springenden Kameras der drei Höhlenmalereien und dem Altar der Pygmen aufzunehmen. Wir sollen fotografieren. Okay. Ja, dann hier kommt... Ah, Räusper. Äh, ja. Er ist das. Aha. Und wir sollen jetzt da rein, oder wie? Ach du, Schweißer. Ach, er geht los. Okay. Ach, jo, jo. Ach, guck doch mal, da wird ein Fotoapparat angezeigt. Ja, wie geil ist das denn? Ähm, ja. Kann ich das hier schon gleich? Ach, ha, ha. Ja, ja, du brauchst kein Ziel. Du hast doch ein Ziel. Komm, hier auch nochmal. Ach, hier sind die Höhlenmalereien an der Wand. Okay. Und dann machen wir, plopp, ein Foto. Ich habe kein Ziel. Ja, du kriegst jetzt hier ein Ziel. Komm, hier. Der kluge Bergbauaffe. Na, wenn der klug gewesen wäre, dann hätte er sich jetzt mal nicht so mit uns eingelassen. Da oben ist ein Ausrufezeichen. Da hinten blinkert es wie irre. Aber ich möchte jetzt eigentlich nicht hier meinen, äh, verängstigten, äh, Minenarbeiter, äh... Ach, der geht schon von selbst dahin. Ja, dann. Ich wollte gerade sagen, ich will ihn eigentlich jetzt hier nicht verlassen und im Stich lassen, aber er rennt ja selber dahin. Ach, Meiti. Okay. So, Bananenschale gedroppt. Das ist ja toll. Was hat denn dieser Erdschock für eine Reichweite? Ach, 25 Meter. Oh, cool. Ich dachte... Ich dachte, das könnte ich nur machen, wenn die Mobs nah genug dran sind, aber 25 Meter ist ja einiges. So, hier. Was hat der? Zerrissener Pelz. So, was haben wir jetzt hier? Muss ich jetzt hier irgendwie ein Foto machen oder blinkert das nur, weil er hier was abbaut? Ungültiges Ziel. Okay, kein Foto. Hm. Ach, da hinten. Da war eben irgendwas. Da habe ich doch was gesehen zum Fotografieren. Ein ganz tolles Motiv ist da hinten. Ja. Ah, 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 ah. Da werden wir jetzt ein Foto machen. Ich komme mir vor wie auf einer kleinen Fotosafari hier. Fehlen eigentlich nur noch die Tiger und die Löwen und die Giraffen und so ganz tolle Motive fehlen hier eigentlich nur. Höhlenmalerei Nummer 3. Cool. So, was? Die Affen haben bereits den Großteil des Kajamits in diesem Vorkommen abgebaut. Ach, ehrlich? Ich dachte, du machst das hier. So, talee. Komm mal her, du kleiner Affe. Aber ich finde es sehr nett, wie er immer gleich umdreht und mir hilft. So, ja, Adela. Ach, das ist ja fast schon schade hier um die süßen Äffchen, aber nutzt nichts, ihr Lieben. Das nutzt nichts. Kampf ist Müdigkeit. Ah, ja. So, wir brauchen noch ein Foto. Aber ich denke, wir kommen da jetzt automatisch, hoffe ich, doch dran vorbei. Oh Mann, schreit aber auch. Mein Gott. Aber wir nähern uns dem Ausrufezeichen da oben. Ach, Menno, ich wollte dich nicht anvisieren. Ich wollte hier die Bananenschale aufsammeln. Und da ist unser letztes Motiv. Wer bist du denn? Der Pygmen, Hexendoktor. Okay, kein Problem. Da gehen wir jetzt eh gleich hin. So, er hat fertig abgebaut. Das ist supi. Dann komm mal her, du Pygmen, Doktor. So, das war's mit ihm. Und dann schießen wir hier das letzte Foto. Das ist so cool gemacht. Ich finde das voll witzig. So, und dann gibt's hier eine Quest. Eine Quest. Orks können schreiben. Bringt das Feldtagebuch zu Sassi Harzang an der Schiffbruchküste auf den verlorenen Inseln zurück. Okay, das heißt, äh, wir müssen jetzt hier wieder, ähm, oh Mann. Ja, ja. Raus aus der Höhle. Wo ist denn unser verängstigter Minenarbeiter? Der ist wohl schon geflüchtet. Na ja, recht hat er. Recht hat er. Das finde ich unfair. Dass die, huch, abwärts. Dass die, ähm, bin ich hier überhaupt richtig? Wo muss ich hin lang? Äh, dass die NPCs sich hier so porten können. Toll. Jetzt bin ich hier wieder irgendwo abgeschmiert und komme wieder nicht aus der Höhle. Komme ich hier irgendwie hoch. Ah, hier geht's hoch. Cool. So, und dann hier. Ah, der Ausgang. Fein. Wieso habe ich schon wieder Aggro? Von wem? Und warum? Und wieso? Und hallo. Ich habe Aggro. Folgt mir hier einer? Nö, folgt mir aber doch keiner. Komisch. Na gut. So. Was, was kriegen wir denn hier schon wieder Schönes? Okay, das nehmen wir. Seid vorsichtig da draußen. Ähm. Ach so, ja. Sassi Harzang. So, hier mach mal. Puh. 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 Ich finde es heute irgendwie schon wieder laggy hier. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht, aber ich seh das. Ich krieg hier voll einen ans Auge. Vielleicht ist hier einfach... Latenz ist aber in Ordnung runtergeladen. Habe ich auch alles. Daran kann es nicht liegen. Liegt vielleicht an meinem beschissenen Internet. Ich habe keine Ahnung. So, hier. Fertig, junge Frau. Und auch fertig. So, der Feind meines Feindes bringt das Feldtagebuch zu Agra im Basislager der Horde auf den verlorenen Inseln. Okay, Baby. Wir brauchen neue Freunde, wenn wir das alles hier überleben wollen. Hoffentlich werden die Orks euch nicht einfach direkt töten. Na ja, das sehen wir dann gleich. Okay, kann ich denn mal irgendwie was zum Reiten haben? Oder zum Fahren? Habe ich eigentlich noch meinen Hot Rod? Flüssel für den Hot Rod. Der geht nur auf Kesan, oder? Ach, das ist ja doof. Och, das ist ja gemein. Das ist mein Hot Rod weg und wir können gar kein Radio mehr hören. Habe ich... Ja. Flüssel ist auch weg. Och, schade. Na gut. Dann nicht. Eben kein Hot Rod fahren. So, wo geht denn jetzt hier der Weg lang? Da so, ne? Die Schiffbruchküste. Dann, okay. Hier noch richtig. Oh. Entsteckt die verlorenen Inseln. Ach ja, jetzt erst. Okay. Mein Gott. Wie weit ist denn das hier noch? Hallo. Ach, ich glaube, wir müssen den ganzen Berg da noch hoch. Uman. Umann. Ja. Wie weit ist denn das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020